Ich habe mir Ihre Website angesehen, da steht, dass Österreich im europäischen Spitzenfeld liegt. Da ist Österreich da an vierter Stelle. Und ich war dann sehr erstaunt, als ich mir die Quelle angesehen habe und festgestellt habe, dass da etwas fehlt. Im Original sind hier nämlich acht Länder weiter davor. Im Original der OECD. Es sind nämlich, und ich habe selber in der Entwicklungspolitik gearbeitet, viele Jahre lang, Ich weiß, dass zahlreiche EU-Staaten, diese 0,7 Prozent, die seit Jahrzehnten gelten, die sie erreichen, auf ihrer Website steht Österreich da an vorderster Stelle. Wenn ich mir die Realität ansehe, dann ist Österreich gerade einmal ein bisschen über dem Durchschnitt.